NCGCAM kann automatisch überprüfen, ob eine Geometrie im CAD modifiziert wurde. Mit der Option Assoziativität aktivieren wird die Option eingeschaltet. Das Bauteil ist mit verschiedenen Strategien vollständig bearbeitet worden. Es wurden auch ein Bearmungsmodell und ein C-Programm erstellt. Im CAD-System wird eine Änderung an der Geometrie durchgeführt, die Daten werden abgespeichert. Die Änderung der Geometrie wird von NCGCAM erkannt. Nach der Bestätigung wird die Geometrie aktualisiert. Die Berechnungen für die Schrift- und Schlichtbearbeitung werden neu durchgeführt. Das Bearbeitungsmodell und das NC-Programm sind ebenfalls neu erstellt worden. In diesem Beispiel überprüft der Anwender zuerst die Änderungen an der Geometrie. CAD-System wird das zuvor geerinnerte Modell wieder abgespeichert. Die Modifikation wird in NCGCAM erkannt, die Daten sollen aber nicht automatisch aktualisiert werden. Das geänderte Modell wird einfach hinzugefügt. Der Benutzer kann jetzt die beiden Modelle miteinander vergleichen. Zur Aktualisierung wird das originale Flächenmodell selektiert und die Funktion Geometrie aktualisieren im Menüband Geometrie ausgewählt. Alle Berechnungen und der Postprozessorlauf werden nachfolgend mit den neuen Flächen durchgeführt. der ceintal ist Co.